Hallo, hier ist Crustala. Hallo und Zora. Ähm, Tomb Raider schon wieder.. Könnt ihrs noch sehen? Ähm, ja...wir sind hier grade... Weiß weiß ich wo..? Ach ja halt.. NEINS!!! Futschönssoleoule. Das tut mir leid.. das woll' ich nicht. Müssst es jetzt noch mal machen. Na geil. Alles tut mir leid Leute, das war einfach Dummheit gerade. Ich wollte nicht abspringen, ich wollte früher klettern. Schlag mich, Laura, schlag mich. Hallo, schlag mich. Achso, ein paar Bälle. Ich brauche eine Bestrafung ein. Ich bin so böse. Ich war ein unartiges Mädchen. Bestraf mich. Das war genau wie diese 10 Dinge, die sie nicht tun sollten. Schatz, ich war ganz böse. Oh ja. Insider. Ja. Wie ich bin mir nicht. Naja, egal, was hat er nicht mal kurz blamiert. Hä? I don't know. Ui, angeben. Hast egal, ausgesehenst werden ihre Arme durchgebogen, ey. Echt? Ja. Okay, gut. Dann werden wir diesmal nicht in die Hülle reingehen, das lohnt sich ja nicht, finde ich. Aber diesmal gehen wir wieder nach oben. Und jetzt schaffen wir das hier. Und höher klettern. Ich weiß ja, da ist nicht mal, wo ich hin muss. Ich kann nicht höher. Dreh dich mal. Da? Kann man auch, ähm... Hang? 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 No Ham? Yeah? Wow! Hm, knocksw Golf. Also im real live würde ich das nicht tun. Ne, das ist wirklich, ing conducting. Guck das und gefährlich. Guck mal wie tiefst einmal runter geht. Wo ist denn hier so angst? Okay, warum wir denn hin? Ich hätte mir schon die ganze Zeit das Knie aufgeschirft. Ja klar, ich hätte mir schon das Knie abgebrochen oder so. Ich werde mich einfach loslassen, oder? Big Mama! Ich glaube, du musst mal abnehmen. Du musst mal ein paar Sachen aus deinem Inventar raustun. Wo geht's hier lang? Was ist das hier? Dein Arsch! Das ist so fett! Ich seh' nichts, mach mal deinen Arsch zur Seite! Müssen wir hier überhaupt schon lang? Ey, guck einfach mal! So, aufhörsiedle! Bär! Da bleib' nicht still, da bleib' nicht still! Aaaaah! Hallo, allein mit seinem Purzebaum könnte er uns schon töten. Forever! Warte, geh mal runter! Tata! Guck mal, die Knie ist so viereckig! Sieht so abgehakt aus, irgendwie! Ähm... Ich frag' mich, wo die Einwohner sind! Der Bär! Der Bär war da ein... Der Bär war da ein... Der Bär war da ein... Kennst du nicht? Diese eine... Diese eine Märchengeschichte da? Ich kann da gar nicht rein! Hä? Okay. Diese eine Märchengeschichte, äh... Wie heißt sie gleich? Drei Bären? Goldkäppchen oder so? Ja, mit den drei Bären? Ich kann da wirklich nicht rein! Ja, genau! Die wohnen hier in den Häusern und wir sind die kleinen Mädchen, die da im Bett schlafen und den Brei essen oder so! Boah, mich asozial! Ja, ne? So! Wo sind wir hier eigentlich? Keine Ahnung! Kräut das noch zu diesem... Nö! Oh man! Scheiß Kopfhörer! Tut mir leid! Äh... Ne, eben nicht! Wir müssen immer noch das Zahnrad suchen, oder? Eigentlich schon! Vielleicht ist es ja hier irgendwo! Oh, Glühwärmchen! Ich hab keine Ahnung, wo wir gerade sind! Ui! Wir töten uns die Glüh... Was ist das denn? 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 Ich erkenn's nicht! Wir haben Munition für KAL 50! Das haben wir, glaub ich, auch noch nicht! Wir haben eh nur Pistolen, also! Es sieht aus, als ob wir da irgendwie lang schleifen, also so runterrutschen! Komm, gucken wir mal! Ja! Ja! Ja, spring runter! Doof! Nein! Spring doch noch vorne! Komm zu Mama! Wuuuuh! Komm mit meine Arme! Es hat's nicht geklappt! Schatz! Wir können da, glaub ich, noch irgendwo landen! Ui! Ungeberin! Will dabei hin! Wir müssen da vielleicht lang da! Oh! 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 So, dann wahrscheinlich! Und dann, dann kann ich noch ein bisschen nach hier! Und... Ufff! Nein! Uuh! Aua! Aua! Okay, hat gut geklappt, hat gut geklappt. Oh, come on! Ist hier irgendwie Gegner oder so? Sieht nicht so aus, ne? Könnte so sein. Gleich. Könnte natürlich immer sein, ne? Das sieht wieder aus, als ob wir da runterrutschen. Richtig! Schon ein Schlauch, Mensch. Ich glaube, wir entfernen uns eigentlich von der richtigen... Ja, habe ich auch gerade gedacht. Das ist wieder Munition, wenn Schrotwind oder so. Stimmt auch ein Füß, oder? Da darf man gar nicht runter. Moment wieder... Ich wollte eigentlich was anderes. Wajo, da gucken wir nämlich da vorne auch noch was machen. Ich weiß noch nicht was. Echt? Wir gehen nämlich hier, glaube ich, hoch oder so? So. Und dann gehen wir da drauf. Und dann... Wollte ich da oben drauf. Ein Tisch. Super Lara kann fliegen. Ich glaub an dich, du kannst fliegen. Oh Mann, das nochmal. Ich glaub an dich. Guck mal, das ist so noch klappt. Ne, fixieren und so. Das könnte sein... Ja, Mann, das ist eh nur so. Nicht scheiße. Na gut. I don't care. Gehen wir weiter. Was machen wir denn hier? Ah, so das auf diesen Rutschteich. Ob das ist nicht so toll? Wieder ein Rutschteich. Oder wir rutschen bekommen. Hey. Wow, was war das? Was war denn 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 das gerade? Wo muss ich denn sonst lang? Äh, ich glaub du musst erst... Ah, du, guck mal das auch noch mal. Oha, okay. Achso, das geht was tiefer, deswegen. Ich glaub du musst erst das da hinten nehmen, dann das... Ja, tu mal, ne? Oh, die rutscht drauf. Oh, fällt mir gerade auf. Ähm. Genau, und... Nein, ich wollte... Oh! Im Felsen! Im Felsen. Es tut mir leid. Das Geräusch tut auch immer so gut in den Ohren. Wir sammeln wieder das hier auf. Und versuchen's nochmal. Ich will da! Genau! Du hast es verstanden, Süße. Oh, zum Glück. Ich dachte jetzt, das geht schon wieder so ab. Hm, das war doof. Das war doof. Das war doof. Das war doof. Huah. Und wieder ein... Nein, ich wollte das doch eigentlich weiter. Jetzt aber. Gut. Ich bitte, hier... Kommt gleich noch ein Monster. Wieso nicht das Monster? Das ist eigentlich ganz normale Tiere, aber... Ich finde die halt so übelst ruselig und so. Gelbleuchten in Augen. Ja, die Augen leuchten auch immer, ne? Hm. Das ist doch erstmal voll unnatürlich und... Ja, irgendwie gruselig. Steht mich da jemand? Okay. Ähm, jetzt müssten wir... Nein, nicht nach da, sondern nach da, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Ja, genau. Hallo, ich kann doch mich gar nicht verteidigen, wenn ich... O. ...ista... die Flüster... Die Flüster... Wie auf eurem oersten... Das ist auch nicht erschreckt, mich gefragt. Um 35 Uhr, Entschuldigung. Boah! Das ist gerade voll Drucking her. Das kann aber einmal... Ihr könnt eine dritte gleich um Spiegel, dann kommt einer sein. Das ist doch wohl gruselig. Ich wollte sich nicht laut... das ist auch immer ja um wir sind jetzt im Kreis von Nebel wenigstens praktisch also um ja es gibt hier spiel ich so und jetzt können wir mal woanders nehmen um schocken er ist durch okay jetzt nicht mehr wow wir sind draußen DENOSAURIO DENOSAURIO scheiße jurassic park scheiße scheiße die werden uns töten gut was ist denn du hä? was hat denn jurassic mit lala was ist denn du? wow hä? erst mal dass uns ein Gegner getötet hat so ein Scheiß von links vor allem wir haben noch gar nicht das Zahnrad hallo wir kommen auch wahrscheinlich nie mal wieder zurück ja aber trotzdem also dass es geht ich weiß nicht das war eigentlich so wow was zum Teufel ah wie schönes Zahnrad ich steh mitten an oh distinkst Compl centimeter Claire hier hier mehr Oh nein, oh, es ist doch nicht euer Ernst. Mir rutscht schon wieder der Kopf heraus. Das ist so nervig. Super. Die holten das gerade in der Räne. Stopp, du scheiß Vieh. Habt ihr in der Kopf noch ein Teuer? Oh, scheiße. Nein. Ey, das macht doch keinen Spaß, wenn da sechs Viecher auf dich zukommen. Das ist doch assig. Einfach weglaufen, ne? Nee. Also, das hätte ich jetzt nicht gewusst, dass da jetzt wieder sauer hier kommt. Hallo, ich bin doch ausgewischen. Wischen. Ich komme dann, weil nicht mehr klar, was ich noch drücken soll. Hallo. Oh nein, ich bin von den Tasten gekommen. Rot. Ich bin jetzt in Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.